ein kleiner mittwochs video aus gründen kommen die anderen nicht erzähle ich im nächsten video tut es auch nicht zur sache ich bin alleine zu hause noch mal kurz zur erklärung und ja habe ihm die vögel hier gefüttert die kanarienvögel und ja ich habe da unten jetzt nichts reingemacht da muss auch noch mal ein bisschen wieder sauber gemacht werden da unten die schalen da kommt normalerweise was rein aber meine mama meint mit den stäbchen habe ich da nichts zu tun der muss auf jeden fall mal sauber gemacht werden der ist zur ergänzung jetzt glaube ich da muss man wieder sauber gemacht werden aber da sind die viele sind also um da da oben drei da einer und da sind sieben stück wenn ich jetzt richtig gezählt habe drei diese wildfarben nennen und vier von den ja gelben und einer ist orange gelb orange oder so was ich weiß nicht wenn ihr das sowas mal mehr sehen wollt könnt ihr auch in den kommentaren schreiben dann mache ich das einfach mal wäre auch interessant mal einfach die kamera hier reinzustellen aber wegen milben ich weiß gar ja haben die auch milben weiß ich gar nicht vielleicht mal so ein bisschen die da zu bobo also beobachten ne könnte man auch machen ist eigentlich ganz einfach dann könnt ihr ja mal in den kommentaren schreiben ob ich das mal machen soll so am wochenende die kamera hier mal reinhängen ein interessantesten ist das natürlich wenn sie halt foto gekriegt haben dann sieht man auch mal was könnt ihr mal in kommentare schreiben ob ihr das mal möchtet ansonsten probiert einfach mal aus ja das soll es auch schon gewesen sein klei ich schätze spa ja 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 Vielen Dank.